So, weiter geht's mit Elden Ring und ich merke gerade mein Controller es aus. Verdammt. Na? Wow, was war denn das jetzt für ein abgefuckter Lake? Okay, wahrscheinlich weil der Controller connected ist. Das wird's gewesen sein. So, Redman Castle. Ja, ich kann von hinten aufräumen. Interessant. Und? Jo. Ich hoffe, das Ding hier ist nicht so groß. Aber eigentlich war ich ja sogar schon überall. Naja, kannst du das Ding drehen? Wahrscheinlich nicht. Also, weil das Ding war ich echt überall. Und die Chimären da unten sind auch schon tot. Hm. So, warte mal, warte mal. Hier war doch gerade eine Nachricht noch vorhin. Rechts. Ah. So ein Scheißding ist ja auch. Hallo, ich stand unter dir. Are you fucking serious? Kannst mich nicht packen, wenn ich unter dir stehe? Oh nein, das, oh nein, diesen Move mag ich nicht. Jo. Er ist jetzt einfach, okay. Und du bist tot. Ach ja. Ich hätte auch gerade überlegt, ob ich eventuell nochmal nach Mok runtergehe. Aber, ja, erst mal hier. Ba, ba, ba. Ja. Ah. Ich frage mich auch, ob ich irgendwann mal vielleicht mal eine coole Rüstung finde, die ich auch tragen kann. Mit Light Rolls. Und, äh, also die einen guten Set-Effekt eventuell sogar bietet. Die ich tragen kann mit, äh, leicht, äh, den Rollen und Katanas in der Hand. Aber ich glaube, das wird schwer. Vor allem, wenn ich nicht unbedingt die Dingens trage. Great Jaws, Arsenal, Talisman, Gedöns. Hm, außer ich packe halt keine Ahnung. 60 Punkte Endurance oder so rein. Dann könnte es eventuell funktionieren. Aber gut, äh, Praise the Castle. Mhm. Achso, die Tür war vorher auch leer, äh, zu. Red Hot Red Blade. Geht mir Leben. Irgendwie. Achso. Ach, das ist ein Abstand, wo ich vorher noch nicht sein konnte, weil die Tür zu war. Ah. Okay. Dafür ist die Musik jetzt hier deutlich schlechter als vorher. Und sie ist extrem leise. Aber, to be fair, das ist die Nachtmusik. Das ist die Nachtmusik. Und. Du hast geblockt, das war unfair. Dafür kriegst du jetzt einen Backstep. Oh, wo kommt denn der her? Ach, komm, wirklich. Du bist jetzt mit... Dir muss auch selber auffallen, dass wenn ich hinter der Wand stehe, dass du mich dann eigentlich nicht treffen kannst, oder? Ach, komm. Zack. Aber schön zu wissen, dass ein so ein Backstep, äh, wer genug AP zurückgibt, für... einen weiteren Blatt-Slash immer. Oder genauso viel. Lord Swans Bolt. Mhm. Gut, äh, ja. Na, komm. So. Wieso sitzt hier oben noch so viel? Wieso, gefühlt, ist da unten jetzt auch nochmal so viel. Also, wait. Das ist doch der Weg zum Bossraum, oder? Ja. Müsste. Das müsste der... Bossweg sein. Ja. Joa, irgendwie ist hier jetzt nicht so viel. Irgendwie... Hm. Ja, vor allem auch spannender, wenn die Bosse noch nicht da unten gewesen wären, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt. Ach, komm. Das ist das. Und... Nochmal. Wow. Okay, das war knapp. Das wär mies gewesen. Ja, das wär wirklich mies gewesen. Okay, Kiste. Und... Smithing Stone 6. Mit dem soll ich was machen. Wait a second. Moment. Das ist der Platz. Da bin ich hochgegangen. Da ist das. Ich bin jetzt auf dem Dach. Bin da langgegangen. Und, aha. War ich da schon? Ne, da oben drauf komm ich auch gar nicht rauf, oder? Hm, ne, würde ich nicht sagen. Das ist denn hier oben drauf, auf dem Haus. Und das ist da. Und da sitzt der Troll. Also, da sitzt der Troll. Der sonst runterhüpft. Okay, gut. Äh, ich kann doch bestimmt von hier aus da auf das Ding rüberspringen, oder? Na, komm. Ah. Geht doch. Eventuell wär's sogar hier einfacher gegangen. Ganz eventuell. Raise the dead end, but why is always futility? Mhm. Nebenbei schnapp ich mir mal kurz das Handy, während ich hier geradeaus laufe und auf mich nichts spawnt. Und dann... Futility... Sinnlosigkeit. Ja, gut. Dann hab ich's im Kopf für mich richtig übersetzt. Äh, sinngemäß. Dann hab ich's richtig im Kopf für mich übersetzt. Sinngemäß. Aber, naja. Hm. Bringt das jetzt eigentlich irgendwas hier oben drauf? Gut, dann kann ich da hin. Noch irgendein Gegner? Nö. Auf jeden Fall nur normalweg nach unten. Oh, kommst du denn durch her? Oh, dude. Bitte. Was soll denn das? So, da war die Iron Virgin. Da bin ich hoch. Gut. Fertig. Abgehakt. Ach ja. Nope. Jogena 3. Immer wieder interessant zu sehen. Na, komm. Hallo? Gib mir deinen Rücken. Erinnert mich an... Wow. Erinnert mich an irgendwie ein Sprichwort, das mein Opa... ... immer mal wieder gesagt hat. Auch ein schöner Rücken kann uns rücken. Und zum Nachhinein... Als Kind hat man den Satz damals nie wirklich verstanden. Aber wenn ich jetzt heute drüber nachdenke... ...heute gibt er sehr viel Sinn. Hm. Heute gibt dieser Satz sehr viel Sinn. Wann sieht man wohl den Rücken von jemandem? Und unter welchen Begebenheiten kann man ihn sehen? Und... Unter diesen Begebenheiten... Wann ist er entzückend? Hm? Oh, Mann. Ei, 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 ei. Wobei, weil ich blick gerade. War es mein Opa oder war es mein Oma? Ich glaube, es war Opa. Aber okay. Mal schauen. Also was heißt, mal schauen? Ne, ist egal. Ich werde jetzt gerade hier nicht nachfragen. Wer dir das immer gesagt hat. Achso, das war die Tür. Gab es da eigentlich noch jetzt eine extra Tür? Oder gab es da echt nur... Rein, raus. Hier. Rein und hinten raus. Okay. Ja, irgendwie. Mein Güte. Kann ich hier kaputt machen? Ja. Und dann kann ich auch theoretisch dran vorbei direkt, aber... Bringt ja nicht viel. Okay, und so kommt... Hätte man immer mit dem Spiegel hier reingekonnt oder nur... Ab jetzt quasi... Wo man sowieso schon drinne war. Ich wette, man hätte erst... I always saidness. Ich wette, man hätte zuerst einmal bis hier hereinkommen müssen, um dann den Spiegel zu aktivieren. Das wäre es bestimmt gewesen. Irgendwas ist eigentlich mit den ganzen Trauergestalten in einem Einraum. Wie, hier ist nichts drinne. Achso, hier ist ein Leiter. Die ganzen Trauergestalten in dem Einraum vorhin. Hm. Ich belege auch gerade. Ich muss immer noch einen anderen Monitor raussuchen. Und ich muss noch... Dann zwei... Einzelne Maushalterung... Ach, Maushalterung. Monitorhalterung dazu passend suchen. Könntest du bitte erst mich angreifen lassen? Oh, du, oh, du tankst eine ganze Menge. Wieso hältst du so viel aus? Ich nehm's zurück. Du hältst doch nichts aus. Wahrscheinlich habe ich genau den scheiß Kopf getroffen, der gepanzert war. Äh. Ja, ne. Äh, Bababab. Monitorhalterung dann dazu. Weil die, die ich habe, die will ich eigentlich auswechseln. Weil das auf Dauer schon nervig ist, wenn man immer... ...weide auf Flamberge... ...weide auf einmal... ...bedienen muss. Und die nicht individuell anpassen kann. Die ist extrem nervig. Ist mir aufgefallen. Und es ist unsicher. Weil... ...ja. ...der halt scheiße schwer ist. Wenn man das Ding mal irgendwie... ...separat anpassen möchte. Und ich traue auch wirklich dieser... ...Schraubklemme da nicht. Likely done. Aha. Äh... ...dass die auf Dauer beide Monitore erhält. Was auch irgendwie krank ist, wenn ich überlege. Die beiden Monitore vor mir. Wenn die jetzt beide noch zum Neupreis gekauft werden würden. So wie sie gekostet haben, wo ich sie geholt habe. Dann kosten die beiden Monitore schon... ...zusammen 800 Euro. Ach du Scheiße. Du... Holy Shit. Im Endeffekt... ...der linke schlechtere Monitor war sogar teurer... ...als mein aktueller Hauptmonitor. Ich meine es wäre schon cool... ...den gleichen Monitor nochmal... ...direkt daneben zu packen. Aber ich weiß nicht ob ich das will. Der ist nämlich relativ teuer. Relativ. Ich meine gut. Dann... ...gleicher Monitor. Das heißt da kann nicht viel verkehrt gehen eigentlich. Was die Technik angeht. Wait da oben hatte ich jetzt ein Item eingesammelt oder? Da oben... Ich geh jetzt nochmal gucken. Ich bin mir sicher dass ich da gerade was eingesammelt habe, aber... ...ich war jetzt gerade Brain-AfKar da oben. Moment. Bup, 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 bup. Ja, ich hab... Was hab ich da eingesammelt? Keine Ahnung. Egal. Äh... Ja. Ne. Wahrscheinlich hol ich mir doch den gleichen Monitor. Einfach nur weil ich weiß, dass er funktioniert. Weitestgehend. Und... Weil... Keine Ahnung. Den kann ich immer schön gleich einstellen. Den können die nie irgendwie... Also theoretisch können sie nicht, äh... ...sich in die Quere kommen. Überlebe ich den Fall? Ja. Okay. Jetzt ist hier jetzt auch nur die Flammenberge, oder? Sonst war da rein gar nichts an dem... ...Schuppen. Ha. Ich wundere jetzt aber, dass hier keine Hunde rumrennen bisher. Zack. So. Ach, die sind schon down. Gut, dass ich sie schon gemacht hab. Hm. Dann höre ich das Krabbelvieh. Gut. Hier ist nichts. Irgendwie traurig. Wie wenig hier eigentlich ist. Hm. Na ja. Uh. Falscher Knopf, aber... ...trotzdem okay. Listen carefully, Rod. Aha. So. Ah, hier ist ein Götter. Warum hab ich's auch noch gesagt? Ach, komm. Ich überleg mal, ob ich... Eigentlich müsste ich auch mal gucken, ob ich nicht vielleicht sogar... ...nochmal was besseres als den Katana finde. Ich meine, das Uchi Katana hab ich zu Anfang halt genommen. Wegen seinem Anschief-Skill. Und danach hab ich halt einfach den Blood-Skill drüber gepackt und... ...mit dem gespielt. Aber... ...theoretisch gibt's aber bestimmt auch noch andere gute Bloodloss-Weapons, oder? Also gute Dual-Wield-Weapons. Die sollten dann mindestens so lang sein wie das Katana. Mindestens. Ah, I don't believe it. Ah, doch. Believe it. Dich hab ich aktiviert anscheinend. Oh, hier komm ich sogar hoch. Theoretisch. Ah, was ist denn hier jetzt gewesen? Hier war doch der... ...weg, wenn man von draußen kommt. Das erste Mal, oder nicht? Oh, ja. Das wäre der normale Weg hier rein. Eins, zwei, drei und... ...tschau. Redman, Redman, Nighthound und... ...aha. Shield. Hier ist es gerade mit Feuer. Du, ich war schon lange oben. Gib den Rücken her. So, da war das. Das müsste wirklich nur der Weg hier hinten sein. Und... ...adios. Oh, noch einer. Und... ...adios. Wie gefühlt jeder Mage mit Rinalas Rüstung rumrennt. Wenn ich hier sehe, immer. Why? Warum? Ja. Achso, ja gut. Hier kam ich hoch. Mhm. Dann wird das auch geklärt. Wie man normalerweise hier reinkommt. Nämlich genauso, wie ich es auch versucht hätte. ...wenn ich irgendwie alles... ...schon tot gewesen wäre. Aha, aha, aha. Kann ich... ...da drauf droppen... ...oder sterbe ich? Oh mein Gott, ich sterbe nicht. Halleluja. Achso, hier waren die Emus. Die, die sich nicht... ...wehren. Aber trotzdem 300 Runen das Stück geben. Wie gesagt, das ist halt interessant. Oh, das werden sich doch halt auch welche. Und ein ganz paar wehren sich. Wait. Da gibt es 200 und die hier geben... ...300... ...und wehren sich nicht. Okay, das ist... ...das ist stupid. Revert Straight Sword. Ach, die sind schon tot. Hier noch nicht. Okay, du bist glaube ich schon lange tot. Na gut, hey, da sind... ...zehn Leute oder so hier drin. Das sind knapp... ...3000 extra Runen. Zweiinhalb. Ohne Scarab wahrscheinlich. Von daher... ...die nimmt man doch gerne mit. Hier war wieder so ein Dude-Trill, oder? Ne, war ich... ...hä? Achso, durch das Ding bin ich reingekommen. Äh. Achso. Und so kann man da... ...ääh, so kann man da so rein. Wait a second. War ich dann überhaupt schon in dem Haus da oben drinne? Doch, hier war der Hund. Aber hier war nichts drinne, kann das sein? Ach, das war... Ach, das war der. Stopp. Hm. Okay. Hab nichts gesagt. Nicht das Geringste. Ich hab... ...gerade ein sehr schlechtes Kurzzeitgedächtnis offenbar. Nein, Katze. Jetzt nicht nerven. Du kommst noch früh genug wieder raus gleich. Gegen elf. In einer halben Stunde. Ach. Amor ist Cookbook. Und dann brauchst du dann eine Nachricht mit Sieg-Lefter vorlegen. Muss das sein? Amor Cookbook. Weiß jetzt auf das Message. Was hab ich denn überhaupt jetzt an Cookbook-Sachen? Die ganzen Liver-Sachen. Oh mein Gott. Ich hab Blitz-Sachen endlich. Pulgur-Blum. Tarnischt. So, das holt die Water. Oh mein Gott. Ich kann mir Blitzen werfen. Jetzt wieder andere Sachen. Was ist das? Acid Spraymless. Use of P2 to release Acid Mist from the mouth. Okay. Das ist... Aha. Das ist mit diesen komischen Dingern zu flaschen. Okay. Ach, kann ich mit den Parfüm-Dingern solche Wolken erstellen? Okay, die Katze will raus. Bin ich in dem Raum einigermaßen sicher? Ich glaube ja. Gut. Denn... Ach, du Scheiße. System. Advanced Settings. Texture Quality Maximum. Okay, das ändert nicht wirklich was. Dann kann ich es auch so lassen. Ach, du Scheiße. Bitte was? Das ist ja ekelhaft, diese Texturen. Und dann ist das... Dann ist das so unperformant bei den Texturen. Ach, du Scheiße. Ja, ich mach mal ganz kurz... Pause und lass Katze raus. Moment. So. Katze ist draußen. Und Katze hat... Nochmal wieder Abendessen bekommen. Zumindest einen Löffel. Aber jetzt muss sie auch... Ja, jetzt musst du warten bis um vier morgens. Jetzt kriegt sie nichts Neues mehr. Bis dahin. Zack. Einmal dich platt machen. Danke. Wie viele kriege ich eigentlich zurück? Eine? Drei. Ach, du Scheiße. Die Insekten geben wir mal massig Kram zurück. Andere gute Frage. Kann ich irgendwie jetzt das Haupttor hier öffnen? Nur so aus Interesse. Weil ich glaube... Ich bin sonst nämlich jetzt hier durch. Kann ich das irgendwie öffnen? Ich mein, hier wären die Schimären noch gewesen. Da oben drauf war ich. Da war ich weitestgehend drauf. Da auch. Da auch. Eigentlich war ich jetzt überall. Hm. Das Einzige, wo ich jetzt eigentlich nicht war. Wäre halt... Äh... Vorne. Aber vorne... Da hopst nur der... Troll runter. Mit seinem Flammenschwert. Und das war's. Ich mein, ich kann auch mal rückwärts hier über die... Rückwand zurückgehen. Aber... Es wird mir eigentlich nichts bringen. Das Tor kann ich wohl nicht öffnen. Hm. Gut, aber von hier aus kann ich jetzt auch alles platt machen. Das Lämmchen. Ach komm. Geh drauf. So. Ja gut, ich kann's begrenzt, äh... Platt machen, was hier ist. Kann es auch sein, dass ich entweder... Entweder sterbe ich beim Runterspringen oder ich, äh... Nehme Schaden bis zu einem gewissen Punkt. Ja. Dann wäre sterb ich oder... Ich komm zumindest so weit. Aber hier unten war ich ja schon eigentlich. So. Hier, wo kommt jetzt der kleine Bastard schon wieder her? Wow. Ja, immer diese kleinen Wichsviecher. Die da mit ihren... Sperren ankommen. Sperrkämpfer sind schon... Echt. Die letzten Feiglinge eigentlich. Hallo. Das ist mal gut. Ja, ja. Genau das wollte ich, dass du das machst. So, leck mich. So. Nope. Hm. Ja gut, aber dann passt das ja wieder. Weil dann war ich ja hier jetzt fertig. Das heißt, eigentlich... ...kommt man echt nicht über die Brücke wahrscheinlich so einfach rüber. Wenn überhaupt. Nur mit dem Spiegel. Und dann auch eher von Fort Gael wahrscheinlich. Äh, wie es hieß. Wenn man dann erstmal von da aus gesprungen ist, äh, geportet ist, dann muss man eigentlich hier schon wirklich einmal komplett durchrennen, wenn man Intriner's Grace aktivieren kann. Oder die Shortcuts. Was auch nicht wirklich viel bringt, die Shortcuts zu öffnen, wenn man gar nicht erst in die Nähe kommt. Also eigentlich muss man irgendwie glaube ich den Spiegel aktivieren können. Ja. Was sich da jetzt in diesen typischen Spielen, wenn man erstmal weiß, wie der Hase läuft, weitestgehend, dann kommt man relativ gut durch eigentlich in den meisten Fällen. Meistens zumindest. Natürlich Ausnahmen. So, komm runter gesprungen. Ja gut, das habe ich irgendwie erwartet, dass ich jetzt hier da getroffen werde. Oh, das könnte eventuell problematisch werden, ja. Ja, komm, ist, ist okay. Jetzt sind wir noch mit dem Bloodloss und dann passt das. So, ich muss jetzt eh mindestens eine zurück. Dass man das Tor hier nicht öffnen kann, ist aber ein bisschen blöd. Oder hat man das öffnen können? Ja, da drinnen irgendwo. Ich meine, ja, hier ist, hier ist eine Barriere. Wenn da eine Barriere ist, dass man da vom Pferd absteigen muss, dann wird doch da irgendwo wohl ein Schalter sein. Moment. So, hier war ich definitiv. Da gucke ich jetzt nicht nochmal nach. Irgendwo muss doch da ein Schalter sein. Notfalls google ich das jetzt. Alter, wie spät, dass die Texturen hier reinladen. Ach, du Scheiß. Und das ist auf SSD und Max Settings. Also, je mehr ich spiele, desto mehr Floors fallen mir dann irgendwie auf. Was dieses Game eigentlich ist. Es ist eigentlich echt sein Geld fast nicht wert. Aus technischer Sicht. Klar, es ist nett. Es macht Spaß. Es macht, was es soll. Aber aus technischer Sicht ist es echt nicht das Geld wert. Da zähle ich dann auch eigentlich ja Pokémon so. Das Neue. Prinzipiell ist das ja bestimmt ganz nett. Aber es ist halt einfach, technisch gesehen, eine Brechheit. Und bei denen sogar noch mehr als bei denen hier, weil das hier ist immer noch irgendwie... Ja, es ist in gewisser Weise ist From Software so Pseudo-Triple-A, aber irgendwie auch nicht. Wenn man sich das hier anguckt. Triple-A-Titel, die hauen zwar auch manche Sachen raus wie Ubisoft, aber die Fixens oder Patchens dann halt noch im Nachhinein. From Software ist ja... Nö, einmal Re-Release, ein paar Mini-Fixes und dann war's das. Mit Glück gibt es noch mit dem DLC vielleicht noch ein paar kleine Bugfixes. Wobei, unwahrscheinlich. Bin ich ja echt nirgendswo das Ding aktiv auföffnen? Okay, Google. Mal dazu gucken. Red Main Castle. Open Main Gate. Error of 404. Also 404. Leather not found. Best Commit in this Red. How did I get more upwards? Mm-hmm. Red Main viel zu Unfinished. Shortcut to Boss Room. Ah, Shortcut to Boss Room. Brighted Gate Letting. Warte, was? Das muss ich jetzt lesen. Also Unfinished, das fühlt sich für die so ein bisschen Unfinished an, in gewisser Weise. Als ob die sich hier noch eigentlich ganz andere Sachen gedacht haben. Aber trotzdem, was steht jetzt hier? Um, Shortcut to Boss Room, right at Gate. Letting you skip WoW-Sing. No way to open Gate or disable traps like Catapults and giant permanently like our Dungeons. Feels like they meant it to be a real Dungeon. And Ginger stepped in the teleporters and called it a day. Same feeling. I literally accidentally transported to Radom by going around the back way. I went through the castle, fell, jumped somewhere I shouldn't have been, and then suddenly I was fighting him totally unprepared with a shitload of runes. Äh, okay. Heißt, dass man offenbar, oh, ich habe echt keinen Gealing mehr. Damn. Man konnte also anscheinend in irgendeiner Version des Spiels oder aktuell vielleicht auch noch, hinten über die Klippen, ähm, ja gut, wäre möglich, dass man hinten über die Klippen irgendwie da runterkommt und dann zu Radom rüberkommt. Das ist bestimmt irgendwie möglich. Aber gut, ähm. So, warte mal, ich habe doch Runen, ich kann noch Sachen jetzt kaufen. Erstmal gehen wir da hin und dann kaufe ich den Typen da mal auf. Fangen wir mal hier an. Oder habe ich genug Runen, um noch ein Level Up zu bekommen? Wieder, Moment. Level Up vor kaufen. Fünfzehn. Ach, und zwar, ja, komm. Das ist noch mindestens wie ein Level. Nicht, dass ich auf die Runen achten müsste jetzt. Aber. Äh. Achttausend. Siebenhundert. Fünfzig. So, achtausend. Siebenhundertfünfzig noch. Fünftausend. Oh, passt doch mit den beiden. Mit den beiden komme ich auf achttausend achtundert. Also fünfzig Runen mehr, als was ich brauche. Wenn ich mich nicht berechnet habe. Level Up. Cain. Okay. Ich habe mich verrechnet. Das war nur minimal, aber ich habe mich verrechnet. Ach ja. Gut. Was mache ich jetzt? Gut, warte mal. Ich kann mal hier markieren. Hallo. Äh. Ja, ich will minimal von dir weg. Ach komm. Nein. Oh. So. Hier. Ähm. Hier bin ich. Warte mal. Hier war ich hin. Redman fertig. Komme ich so hin. Hier kam ich so hin und so hin. Und dann zeigt er hier hin. Zeigt mehr oder weniger Richtung Millicent. Mehr oder weniger. Würde ich jetzt behaupten. Hm. Hatte ich nicht noch? Warte, ich hatte doch bestimmt noch für dich wieder was, oder nicht? Ich glaube für dich hatte ich auch noch was. Aggressives Controller-Stick bewegen. Ja. Mein Controller ist aus. Das heißt, er ist wieder leer. Ich spiele aktuell glaube ich ein bisschen zu viel. Dann habe ich erst vor drei oder vier Tagen. Oder vor drei. Also bei R4. Glaube ich über Nacht am Bett aufgeladen. Komplett. Aber wie lange hält der? Ja, normalerweise. 20 Stunden. Egal da oben. Gut, dass ich mittlerweile das Ladekabel von der Switch hier liegen habe. Vom Pro Controller. Obwohl ich das irgendwie ein bisschen... Das ist ein bisschen zu lang eigentlich. Aber das Kabel ist auch so dick vom Switch Pro Controller. Das kann man nicht vernünftig... Wie heißt das? Kürzen. Mit einem Kabel oder so. Mit einem Kabelbinder oder so was. Will ich auch gar nicht eigentlich. Bei dem Xbox Ladekit beim... Micro USB-Ding war es noch ganz angenehm. Rump ahead. Ja. Achso. Halt. Halt. Achso. Doch. War richtig. Ja. Nein. Nein. Es ist mir nicht. Nein. Das ist nicht deine Klaue, aber okay, gut. Ach, hier drin darf ich aber, ja, alles klar, hier drin darf ich ihm vertreten. Welcome back to Nebelhausen oder so, naja, nicht ganz, also, ich muss sagen, die Dragon Barrow mag ich ja nicht wieder vom Gebiet her. Die ist ja nicht ganz so ekelhaft rot wie Kylet. Ist ja auch durch die Schlucht so ein bisschen getrennt. So ein bisschen. Gut, wann habe ich das gemacht? Boah, wo jetzt denn hin? Ey, das fühlt sich irgendwie fast schon fern. Oh, Starfall Crater. Aha, da könnte ich hin. Kenneth Hyde, Lemograve her. Können wir gucken, ob Rani wirklich wieder gut ist. Aber da lädt schon mit mir geredet hat. What the fuck? Äh. Jesus. Ihr habt mir die Welt zerstört. Ich will mal kurz gucken, ob der Dude mal wieder irgendwas zu sagen hat. Sind eigentlich immer noch seine... Keine Gegner? Hört die Festung echt wieder ihm? Wunder mich gerade. Wirklich? Nein, hier laufen Demis rum. Okay. Das war ein Versuch wert. Wieso bleibt der hier, wo die Demis sind? Weil er bleibt hier oben einfach so stehen. Oder sind das die Demis, die halbwegs nett noch sind? Immer gut, die greifen mich an. Also eigentlich nicht. Ach ja, er macht hier süßen Schaden. So. Okay, so was noch nichts heißt. Gut. Äh. Da will ich eigentlich noch nicht hin jetzt. Eigentlich würde ich jetzt noch wieder oben weitermachen wollen. So ein bisschen. Ähm. Ach so, da war Selen. Das soll ich irgendwas Neues zu sagen, Selen? Da, 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 da. Da bist du, mein Apprentiz. Shall we commence die Lässe? Sidesorcery und... Nein, bringt mir nichts. Du willst immer noch nichts. Was ist mit deiner komischen anderen Version, die hier unten ist? Vielleicht hat die ja irgendwas Neues zu sagen. Da, 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 da. Hm, hm, hm. Hm, 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 hm. Nein, eigentlich wollte ich abspringen. Wo war jetzt hier noch das Loch nochmal? Oh. Spawnst du hier eigentlich immer wieder? Offenbar. Au. Ja, ja, ist ja gut. Was ist mit dir? Die Leute ist rot. Äh. Es wird nicht gut sein, ich versuche es. Und zwar, du wirst. Du frotter Degenerates. Okay, gleich sechs wir mal. Nö. Du willst noch nichts machen. Ach, come on. Du Busterpiech, war gerade am Porten. Ach ja, immer diese Spiele, wo die Feile drinnen stecken bleiben. Äh, ich könnte auch immer aus dem Prinzip mal hier... Ne, da kann ich nur die drei kaufen. Äh, da kann ich mal hin. Allgemein mal die Drachen länger als kaufen, so ein bisschen. Allerdings habe ich hier relativ genug Herzen. Relativ gesehen. So, Witcher of Dragon communion, welche sind denn cool? Ich habe elf. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Okay, wir fehlen vier Herzen. Graeol's Roar, Image of the Roar of Eldad Dragon Graeol, 28 Faith, fuck. Superior Incantation of Dragon Communion. Channels the power of Graeol, the elder dragon. An incantation of legendary status. Transforms Kars into a dragon, dem it a terrible roar, reducing the attack power and defense of nearby enemies. Where was the mother of all dragons, drafting all who stood before her like the looming mountain. Das ist prinzipiell ganz cool, glaube ich. Kostet aber drei Stück und kann ich mir nie im Leben leisten zum Ausfern. Das ist prinzipiell und schnallend. Uh. Faith. Channels the dragon to bite foos before a caster. Dragon Hall. Uh-huh. An incantation of those with Hunter Dragons increased upon their hearts. Transcomnd caster into a dragon to tear through foos with dragon claws. They lost one follow-up attack. An incantation of those with Hunter Dragons. Uh-huh. Oh, das kann ich sogar nutzen, mit 15 Fave. Oh, komm, wir können das. X, D, Key ist D, Key. Er fällt mir nicht. Irgendwas ist hinter mir. Naja, Spew, Scarlet, Rot, Rottenbreath könnte ich auch, okay. Trans-Dragon, to Spew, Scarlet, Rot, Breath. Oh, da warkt einer. Hast du mich bemerkt, oder warum bist du jetzt hier unterwegs? Willst du fighten? Nein. Okay, kaufen. Erstmal alle kaufen, die ich kann. Äh, ja, Feuerdingens. Glinstondingens. Irgendwo ist das gestorben, lustig. Superior Conquition of Dragon communion. Chains of Power is Mark, the Glinstondragon. Aha. Mark was a devil of sorcerers and our timeless body became K. Also, das ist von oben und das andere ist von vorne. Komm, dann Treppenroar. Pralle sieht gut aus. Dragonmore. Ach komm, Agiles Flame. Wieso kostet Agiles eigentlich 23 Fave? Wtf. So. Wenn ich mich jetzt hier heransetze. ähm, Memorize Spell. Theoretisch. Drachendinger. Grinstondorf, Rottenbreath, Dragonise. Kommt Dragonise, wenn ich draufpacken. Und Rottenbreath. Irgendwann ja nicht unbedingt. Und Gets Flame kann ich eh nicht nutzen. Best passt schon so, glaube ich. Swarm of Flies, na. Stun of Korang. Fals of Water Before the Caster. Also in dieser, ne, passt schon so. Und dann will ich mal testen. Zack. Komm ich auf Light, ich bin auch einfach auf Lightlord. Nice. Grand communion, Seal plus 5. Dragonise. Eigentlich gerade noch ein Gegner irgendwo. Wo ist denn der? Ich glaube, hier vor der Kirche steht auch einer rum, oder nicht? Einer stand hier vor rum. Boah. Kostet nur meine gesamte FP. Aber prinzipiell. Ja gut, das wäre natürlich ein Kampfstil, wo man auf sowas gehen müsste. Ah, ich kann wirklich nur einen Light Detector damit machen. Okay, nochmal. Okay. Ja, das Ganze zweimal nutzen. Panish Night Amor Altered, Panish Night Greaves. Aha. Joa, prinzipiell ganz nice. Aber, joa. Davon müssen wir halt komplett ein Bild haben. Wo man auch mehr FP hat. Und ich überlege, dass immer nur 3 FP dazu kommen. Das ist halt echt wenig. Ja gut, man hat da halt ein Rüstungsteil und sollte die FP Kosten senken. Aber trotzdem. Das ist ja ganz witzig. Und man ist quasi mehr oder weniger aufgeschmissen in dem Moment, wo man das macht. Diesen Dragon Gram. Gut. Hier noch irgendwo etwas irgendwie, was ich vergessen haben könnte. Eigentlich nicht. Hier nicht. Ja, die Merchants muss ich halt mal irgendwann durchgucken. Und dann, der. Zellen. Wer ist denn jetzt? Achso. Äh. Mersion Kali. dann der Innen Murkwater Cave, Murkwater Coast Katakombs was sind denn wir gehen da und drauf äh Stormfront der Stormfruit Katakombs Joa ne ich glaube hier unten bin ich weitestgehend fertig ja gut hier kam ich immer noch nicht hin da muss ich irgendwie im Untergrund weiterkommen wahrscheinlich weil sonst würde ich nicht wieder hochkommen äh das passt eigentlich hier alles da habe ich immer noch keine Ahnung bei dem komischen Krug, da müsste ich wahrscheinlich echt mal nachlesen wie das mit dem geht der hat mich ja mehr oder weniger abgelehnt aber naja oh bist du der nee du bist nicht der Große das kommt im Moment du bist der Große Normale Krug eh so ja ja mhm Mhm. Ja, was macht ihr eigentlich hier und wie esst ihr und so weiter und so fort? Falsches Item, aber okay, gut. Uncle Alexander won't come back here again. My home is off the- I suppose that- Okay, ja, ja. Gut. Hat vielleicht irgendwas mit Alexander zu tun? Aber... Unglaublich überhaupt dahin. Einfach Porten. Äh... Dinger wieder Crone, das war der Merchant, das ist Rinala. Ah, Silovis ist nicht mehr zu sehen. Rani, ach Rani, da wollte ich ja nochmal gucken gehen. Hm. Fühlt sich aber irgendwie wie Cheaten an. Wenn man sie in einer Questline verärgert, weil man sie umbringen wollte mehr oder weniger und dann auf einmal... Ja, passt schon. Fast sich da von den Sünden gereinigt. Passt schon. Ich meine, ich habe es gelesen, aber ich wäre wahrscheinlich irgendwann auch auf die Idee gekommen, wenn ich mal solche Systeme in Game zu nutzen. So... Und diese Cross-Trays, die hier so sind. Ins Wasser. Ai. Sorry nochmal. Achso, die pennt hier die ganze Zeit. Und... Oh. Die pennt hier aus irgendwelchen Gründen und äh... Ja. Gut. Wenn man hier so oben steht, dann ist das Gebiet ja doch relativ groß hier oben. Hm. Kann ich wohl darauf landen? Ich nehme den sicheren Weg. Ich lande hier drauf. Na? Okay. Ne. Äh... Ja. Gut. Dann muss ich ja echt jetzt weiter machen wieder. Bei dem komischen Loch da, wo... Light, äh... mich treffen wollte. Was ist eigentlich das? EG geworden? Sitzt der noch hier? Ja. Ansonsten die... ganzen Ruinen hier. Ist hier irgendwo noch ein Eingang? Ne. Die werden ja nicht auf der Karte als solche Ruinen angezeigt. Nö. Vielleicht mehr oder weniger hier zu dem Gebiet an sich. Das müsste Montgelmir schon ver... Ne, ist es nicht... Hä? Doch. Hier geht es runter und da geht es hoch. Ist doch eigentlich Montgelmir schon da, oder nicht? Also eigentlich ist es das altes Plateau. Wenn man es ganz genau nimmt. Das ist wiederum interessant. Wenn man sich die Karte hier anguckt, dann geht es eigentlich... hier runter. Würde ich mir behaupten. Da unten ist irgendwie Wasser. Aber da geht es auch schon wieder direkt hoch. Komisch. Naja. Gut. Denn da ist nichts. Da ist noch ein Händler. Das Bock finde ich mir nicht irre. Da muss ich noch mal gucken gehen dann. Da unten muss ich gucken gehen. Ja. Hier war ich fertig. Hier war ich noch nicht. Da kam ich ja nicht rüber. Hier war ich... Da war ich noch nicht. Hier war ich bis hier hin. Und den Scheiß Nebeldingen hier habe ich durch. und da war ich gut ansonsten war hier nirgendwo hier oben war quasi nur so unterwegs das ist halt die frage woher gehe ich jetzt hin gehe ich jetzt zum leiter und dann den break oder gehe ich hier oben wieder irgendwann sie wollte ich nach oben schon vor zig stunden aber irgendwie bin ich jetzt doch mehr an den komischen gravitation stein hier interessiert also sechs stück kann ich kraften wieder zehn stück also ja man kann sie relativ gut farben auch die silberfüße nutzen teilweise um mehr zu bekommen also das kann ich kraften aber gut so wo ist schon wieder mein ach so da ist mein schwert hin also ich rate ihnen dass der ice breath und der rotten breath ist das gleiche beast clock, genstone pebble naja gut bevor ich über da unter gehe mache ich jetzt hier mal wieder ein bisschen eher schluss und mache eventuell gleich noch wieder weiter weil wir haben dienstagabend es ist 11 uhr gleich wird es kurz unruhig und dann kann ich mir jetzt kein abendessen eben machen oder abendbrot machen und dann passt das auch und er hat danach noch so von halb zwölf viertel vor zwölf bis um eins dann schaue ich den column film zu ende dann mache ich noch ein paar mini sachen nebenbei wahrscheinlich und dann hoffe ich dass ich heute mal wieder um drei ins bett kommen und morgen mal wieder vielleicht um zwei dass ich auch ein bisschen näher wieder aufstehe weil irgendwie so vier uhr ins bett und um fünf uhr einschlafen ist irgendwie kacke gestern gewesen zumal ich mich dann gegen zwölf uhr 15 rausgequält habe ungefähr und es war halt auch wieder blöd weil schon relativ spät naja gut ich habe ja noch ein halb wochen urlaub habe ja noch vier zwölf tage fast zwei wochen noch fünf tage weg also eigentlich sechs tage sechs tage weg und einen feiertag zwei dazwischen also fünf urlaubstage naja gut denn wie gesagt ciao und bis dann und bis dann